so und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu singularity und wir müssen doktor barrysov retten so hier unten haben wir jetzt irgendwie nix da kriechen die leichen noch um okidoki schauen wo wir jetzt hier hin müssen jetzt kriegst du meinen vor den latz geschossen zack spacko nix da mein freund du spacko hier wird er nicht auf uns geschossen war sie wir brauchen dringend energie wir brauchen nein 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 wenn er jetzt bist du fällig okidoki so mein freund schluss mit lustig hier so mein freund ist besser fällig hier so da haben wir noch in 99 das nehmen uns auf jeden fall mit und jetzt geht es los hier ziel erfüllt ok ja ist es auch du spacko okidoki runter zmg energiezelle jawoll die kümmer gut gebrauchen das sind zwei wachen können sie sie loswerden ja lass mich mal dahin da schnell ein bisschen energie wir brauchen energie wir brauchen energie ok ok erledigt so nehmen wir schnell die modulation noch mit tja dann laden wir in der zeit mal nach und überlegen uns was wir jetzt erzählen geht nicht auf ok das zmg manipuliert den alterungsprozess von objekten es macht sie ich kann es nicht besser ausdrücken älter oder jünger sogar ein safe kann mit der zeit verrotten uns geht die zeit aus bitte manipulieren sie den safe mit dem zmg mhm wow wow seeker ok dann wollen wir mal schauen ok so mein freund du kriegst jetzt auch einfach den koppel voller lotte headshot und der nächste schweizer wir sind vorbei gewöhnt da kriegen wir den da kriegen wir den den kriegen wir jawohl ok wo sind die nächsten da sind die nächsten ok mein freund du bist jetzt völlig nein die nehmen wir wieder mit so so nicht und und nein das war die falsche richtung so den kriegen wir auch noch den gräber den kriegen wir auch hier hinten leider nicht keine munition mehr wir haben keine munition mehr dafür ok da können wir nichts mit anfangen weil wir keine muni mehr haben ok dann können wir hier vielleicht keine munition es gibt doch keine munition mehr hier dafür ok 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 dann werden wir jetzt mal einfach so in den kampf ziehen ok jetzt schieße ich den in den ascht bänner komm raus da voll in die murmel so das hätten wir auf jeden fall schon mal geschafft und Du Spacko, pass mal auf mein Freundchen, das bist du aber sowas von fällig ey. Oh scheiße, wir sind gestorben, nicht aufgepasst, solche Vögel hier, das glaube ich, da war alles gar nicht. So, jetzt geht's. So, jetzt ist Schluss mit lustig hier. Jawoll, die Seeker, die Kymber. Okay. Jawoll. So, das hätten wir auch. Was haben wir hier? Okay, Strom aus. Und die Klappe, du Spacko. Oh, Geschichte. Aber sowas von Geschichte, meine Freunde. So, jetzt nehmen wir hier erstmal alles mit. Die haben wir alle in die ewigen Jagdgründe geschickt. Das E99 nehmen wir uns mit. Und da ist unser Freund. Okay, und weiter geht's. Okay. Da ist wieder der nächste Zeitsprung. Ziel erfüllt. Jawoll. Okay, was haben wir hier? Trennen sich unsere Wege. Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Ich suche Schutz in diesem Turm. Und glauben Sie mir, wir sehen uns wieder. Aktivieren Sie diesen Riss. Er bringt Sie in Ihre Zeit zurück. Okay. Und zack. Ich kann es eigentlich kaum fassen. Ich habe über 50 Jahre lang auf Sie gewartet. Aber für Sie waren es nur Sekunden, nicht wahr? Mhm. Erinnern Sie sich an den Turm, zu dem ich wollte? Ich bin auf dem zurückgekehrt. Schien ist der vernünftigste Ort. Kommen Sie schnell, es gibt viel zu besprechen. Und halten Sie die Augen auf. Ich habe eine gemeinsame Freundin zu Ihnen geschickt. Okay. Gelangen Sie zu Dr. Barisovs Turm. Okay. Dann müssen wir jetzt erstmal hier ein bisschen ein. Bioformel. Okay. Mit Entwürfen und Formeln kann Barisov neue Upgrades für Sie entwickeln. Wenn Sie einen Entwurf oder eine Formel gefunden haben, wird das Upgrade automatisch am Verbesserer verfügbar. Okay. Okay. Helden Upgrade Entwürfe. Jawoll. Ski. Verbesserer. Okay. Verbesserer. Dann wollen wir mal gucken. ZMG Ausrüstung. Scharfschütze. Okay. Haben wir genommen. Fertig. Danke. Und hier noch eine Notiz. Senior Techniker Dretrieff. Etwas stimmt nicht mit meinem Bunsenbrenner. Er funktioniert nicht. Selbst wenn das Ventil von ständig geöffnet ist, könnten Sie ihn sich ansehen. Ivan. Ja bestimmt. So. Maximal. Dann glaube ich nehmen wir jetzt erstmal ein bisschen Energie. Okay. So schwuppdi do. Und dann geht es hier weiter glaube ich. Jetzt ne. Okay. Schauen wir mal wo wir hier überhaupt hin müssen. Das geht abwärts. Okay. Hier scheint so nichts zu sein. Notiz. Wir haben das Anti-Schwerkraften-Modul erneut getestet und wieder hat es versagt. Dieses Mal ist das Testobjekt durch den verstärkten Boden gebrochen. Ivan wäre fast zerquetscht worden und entkam nur knapp. Was sehr bedauerlich ist. Ich kann ihn nicht ausstehen. Das ist super. Ja. So kann man sich auch seiner Leute entledigen. Dann haben wir noch E99. Dann haben wir hier. Jawoll. So. Können wir die noch ein bisschen ausrüsten? Verbessern. Schnelleres Nachladen. Geht nicht? Geht nicht. Also wir haben nichts. Okay. Dann können wir auch nichts machen. So. Dann müssen wir jetzt mal gucken. Wow. Was haben wir denn hier? Hammer. Mäßig. Okidoki. ZMG-Upgrade. Ja. Das nehmen wir doch gerne mit. Aha. Was kommt denn jetzt? Okay. Wir kriegen eine neue Platte vorne drauf. Oder wie? Jawoll. Cool gemacht. Also muss ich schon sagen. Das Spiel ist echt. Ja. Es begeistert mich. Es ist richtig, richtig, richtig cool. So. Jetzt heißt es. Jetzt heißt es. Aha. Schwerkraft. Drücken Sie Pad 10 um Objekte aufzunehmen. Mit Pad 8 können Sie Objekte werfen. Okay. Aha. 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 Da können wir das. Ah. Da können wir das wahrscheinlich hier rein pfeffern. Und dann müssen wir gucken. Okay. Und dann können wir das. Jawoll. Damit können wir es aufheben. Das ist nur die Frage. Wie können wir es. Hallo. Hallo. Cool. Oh scheiße. Okay. Wir sind wieder im Arsch. Irgendwas ist hier unten. Und das sind nicht wir jetzt. In dem Moment. Gut. Dann schauen wir mal einfach. Wow. Hier kommen die Leichen runtergeflogen. Oh. Oh. Weg damit. Oh. Da haben wir noch was. Und da haben wir noch eine Bioformel. Okay. Hier kommen wir irgendwie nicht durch. Okidoki. Da geht die Tür auf. Super. Jetzt sollten Sie nur einmal den Gegenstand aufzunehmen. ein bisschen wieder abzulegen. Okay. So. Dann müssen wir jetzt hier durch. Oh. Oh. Schitte Kram. Ja. Das ist super. Und dann können wir hier auf jeden Fall durchgehen. Und dann müssen wir mal schauen. Ich glaube den. Wie war das? Oh. Wir müssen hier hoch irgendwie. Oh. Oh. Kacka. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen E99. So. Das nehmen wir mit. Und ich glaube dass wir hier auf jeden Fall das Ding jetzt erstmal hier ablegen. Und dann können wir genau. Dann können wir hier. Ne. Können wir noch nicht. So. Dann stellen wir uns das hier hin. Und dann können wir. Wow. Dann können wir hier schon durch. Okay. So. Dann müssen wir das glaube ich. Hier runter. Okay. Wow. Das ist ja wohl mal geil. Okidoki. Wo sind wir denn jetzt hier hin? Oh oh. Das hört sich nicht gut an. Gar nicht gut. Und. Vielen Dank.